Ja, hier ist wieder mal gut, halt eben mit Hawken. Wir spielen heute mit dem Berserker und der hat ja die Special-Fähigkeit, dass er hier sein Damage erhöhen kann kurzzeitig. Ich habe jetzt noch kein großes Equipment, sondern ein paar internen Module. Nice. Ein kleiner Mech, also einer von den leichten Mechs. Geht ja gut hier. Nice. Oh. Machen wir mal ganz kurz ein. Wow, richtig gerade das Team, ey. 6 zu 0 schon. Was geht denn hier ab heute? Ja, WTF. Hat er wohl recht. Neiin ich bin überhitzt. Dann kann ich ja auch mal einen Schnellplatz hier reparieren. Weiter geht's. Scheiße. Überhitzung ist bei dem ein ganz kleines Problem. Auch ohne die Erinnerungen zu kommen. Betracht hat sich gegen die Erinnerungstationen eingeführt. Wie geht's der Hand zu bauen? Der hat eine Erinnerung gemacht. Das ist ein Leid. Nice. Ich bin nur den und die Sachen. Wo ist er? Nein. Nein, ich hab ihn doch fast gehabt. Ah, ist ärgerlich. So knapp gewesen eben. Aber richtig knapp gewesen. So knapp gewesen. So knapp gewesen. Nice. Boah, nice. Noch bekommen. Schon 29,40. Wir haben keine 4 Minuten gespielt. Ach, schade, schade. Hier rechts? Nee, irgendwas gehört. Ach, ich dachte, er geht nach linksüber. Nein, ich bin überhetzt. Ach, das kann nicht sein. Hätte meine Waffe jetzt hier nicht überhetzt, dann hätte ich es geschafft. Die Hälfte der Zeit ist rum und wir haben eigentlich gleich die Runde vorbei. Noch 2 Kills. Ist ja mal richtig Hammer Gameplay. Und ich bin ja nicht mal schlecht oder so. Also, dass ich da hier keine Kills abbekommen habe oder derartiges, sondern... Nein! Der hat gar nichts mehr. Und unser Daily Bonus bekommen. Natürlich sehr, sehr gut. Weil wir hier jetzt echt richtig gut Punkte gemacht haben. Richtig cool. Hab mir mal richtig gefallen mit dem Berserker. Also, kleiner Mech, wie ihr gerade seht. Man ist schnell unterwegs. Kriegt natürlich nicht so sehr viel HP. Wird aber auch weniger getroffen und hat halt sehr, sehr guten Damage. Hab jetzt hier noch keine wirklichen Erweiterungen von Waffen her oder derartiges. Mit dem nächsten Herankommen ist die nächsten Waffen. Noch ein bisschen zu tun. Werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Und euch morgen nochmal zeigen mit dem nächsten Gameplay. Bis dann.